Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends Uncut im Leakzember. Die Games sind gerade super schnell da, muss man auch was sagen. Hat Rito das gefixt oder was? Ja, Dristan spielt seinen OG-Champ. Den ultimativen Late-Game-Champ, ja. Ja, richtig. Und natürlich im Weihnachts-Outfit. Und Dristan spielt den Worst Champion ever, actually. Ja, you know what, let's go, Gore-Drinker. Wir feiten hier übrigens alle schon. Schön für euch oder nicht schön für euch, I don't know. Eigentlich hat's gut gelaufen. Also, Dristan spielt The Croc. The Croc. Der Worst Champion ever. Zumindest für Adam, ja. Wie wir uns festgestellt haben bei Worlds. So far zumindest. Wow. Also ganz ehrlich, er hat halt 0% winrate auf ihm. In, like, 5, in, like, 5 renekten Games. Ja. Und das ist halt schon ziemlich bad. Und, und, still, BDS ist freaking it. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen hier, also, hallo im Leakzember, ja. Ähm, läuft Worlds gerade noch, ähm, und BDS ist noch nicht raus. Aber, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Und warum sieht's nicht gut aus? Weil man, äh, einen gewissen Champion spielt, den Tristan heute spielt. Tristan, 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 wanted. Ich hab grad den Triple Kill gemacht, ja. Ja, ja. Der Champion ist gut. Hahahaha. Okay, Ernst, du meinst, es liegt an Adam, Tristan. Du, das heißt, du musst jetzt, du... Warte, daran kann's nicht liegen, ja. Daran kann's nicht liegen, ja. Also, also, woran liegt's dann, Tristan? Erklär's mir. They're playing it wrong. They're playing it wrong. Das liegt doch an Adam, Moment. Das ist ja das Ding. Es funktioniert halt... Ja, der Champ mag nicht... Es mag nicht am Champ liegen, aber es mag halt einfach da liegen, dass Adam auf dem Champ nicht performen kann. Nein. Es ist irgendwie... Das ist so wie mein Ur-Urgott-Curse, Tristan. Ja. Ich kann einfach mit dem Champ nicht gewinnen. Egal, wie gut ich bin drauf, ich kann nicht gewinnen. Ja. Gut, das ist auch so wie ich bei Heimer nur Assists krieg mittlerweile noch, aber... Support Heimer ist ja, ist ja die Meta. Aber, der Unterschied ist, du hast aufgehört Ur-Urgott zu spielen. Richtig, richtig. Ich bin besser wie Adam, heißt das. Weil ich hab's erkannt und hab aufgehört, es zu spielen. Oh, das ist ridiculous. Bei der Bar, ich hab immer noch keinen Kill gemacht. Aber, aber... Aber der Renekton farmt farmt die Akali. ich habe gerade alles okay gemacht da sind fisch oh mein gott ich sehe ich merke gerade ich mir fällt jetzt erst auf dass die alle fuhren abwesen ach echt ist echt so ne und danach oh mein gott der mail fein hatte bock auf mich ich dachte mir ich habe gerade so was kommt darauf zu geflogen wenn ich den nur so ein stein ich habe halt nicht genug für liandries okay ich werde solch ist euch auf die handys warten tristan ist eigentlich ist es wert 100 gold zu warten auf liandries ja macht es ich muss warten sorry leute schaut den konten bei tristan ach so der hat immer noch kein kanal tristan was da los kannst du ja mit kannst du die kamera anlocken und hier vorne ja ich körper euch zu aber da passiert auch nix ihr macht nur ping pong mit der welt super uninteressant genau so interessant wie beim shoppen bin hier ich habe mich sogar noch interessanter kannst items durchlesen du wirst nicht von einem big old poked auf juli du wirst du wirst du wirst mich und was will du du wirst du Leider nicht genug, wie es ausschaut, meine Ult, aber... Oh, er hittet! Oh, was? Wie viel Shield hat er denn gekriegt? Ich hab die Akali gehittet. Oh, ja, wir haben... Ich vergaß, wir haben ja noch einen Master Yi. Und den Zylien, der Master Yi einfach safen kann. Was ist denn das, Alter? Die Team... Wie kriegt Ristan da den Kill, Alter? Du hast gerade irgendwo einen Kill hergekriegt. Ich weiß nicht wie. Okay, Victor outpoken ist doch ganz schön nervig. Oh mein Gott, nein! Die Leona! Äh, die, die, die... Die Sona! Die Sona! Was soll denn das? Die ultet mich einfach! Du wirst so flich! Warum ultet die mich? Hör auf, mich zu ulten! Ultet irgendjemand anders! Aber nicht mich! Ultet den Yi, wenn er gerade auf dir sitzt! Ich muss mir auch unbedingt bei Raiderist ein neues Mauspett besorgen für Weihnachten irgendwann. Da, das... Das Kleine ist einfach zu klein hier. Ja, meine Ul war ein bisschen Waste. Aber ich wusste auch nicht, dass wir so hart pushen können. Ah, der ist so hoch, der ist so hart. Aber Ristan carried die Fights einfach. Ich steh elf, ja. Wie war's? Warum ist der Krog bad? What? Ja, ich glaub, Adam... My performance is disproving myself. Das Ding ist halt... Das Ding ist halt, ich glaub, Adam kommt nie ahead mit dem Krog, ne? Ja, er geht halt immer even. Und dann hast du halt auch nicht so die... Dann bist du halt auch kein Monster in der Lane. Ja. Kannst du halt nicht bullien. Ja, und du bist halt auch... Du zerstörst halt auch nicht die Edicies im Teamfighter. Ja. Fisch. Oh, it's out now. Ja, und... Und ist, äh... White gegangen. 20 Sekunden hab ich wild. Ja. Ja, sehr schön, wenn wir frühestens dann fighten. Ähm... Ja, wegen mir... Können wir erst da fighten. Ich hab, äh... Ich hab keinen cooldown auf meiner Cannon. Und jetzt wir fighten ein bisschen earlier. Okay. Ähm... Tristan, Tristan, Tristan hat Bock. Oh, ich kann ihn nicht erreichen. Er ist so schnell. Oh. Ja, komm doch, Fisch. Ich hab da ne Cannon stehen. Tristan, 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 wie war's ich am Spaß daran, den Fisch zu töten. Währenddessen, Tristan, zwei Leute getötet. Und ich hatte den, 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 den Dings, den Mehrfighter, der ich auch noch gekillt werde, wenn ich weggerannt werde. Ähm... Oh, wie hat das mich gehittet? Weil... Meine Ult macht immerhin noch Damage. Ich krieg Assists für alles. Na, ist okay. Ich hab Assists für alles gekriegt. Sogar für den Kill. Ich weiß... Wieso die Sona? Die Sona hat einfach nen Triple Kill gemacht. Und ich hab dafür auch noch nen Assists gekriegt. Danke, Leute. Ich hab einfach die Assists... Die Andres coming in. Heimer... Heimer... Heimer is Cannons. Der Farmgott. Actually not. Ich bin nicht gut. Alter, ich hatte bis gerade nur eineinhalb Items. Sajan. Ja, ich hatte auch nur ein Item. Jetzt bin ich bei zweieinhalb. Warte, wie zählt das jetzt? Zwei Zweitel. Zwei Zweitel, Alter. Warum, Tristan? Äh, ich hab zwei Zwei Drittel gesagt. Ich hab zwei Zweitel verstanden. That's not true. Ich hab das verstanden. Was sind zwei Zweitel, Alter? Ja. Meine Cannons traden das. Die sehen. Ich hab meine W gemisst. Aber ich... Hey, Zillion hat sie. Ich hab einen Assists gemacht. Ich hab meinen Stun auch gelandet. Nja. Oh, aber die Zillion überhaupt machen good Damage. Nja. Ich glaub, sie ist tot, oder? Nicht halten! Nja. Okay, I fucking flashed this. He's dead. Oh Gott, Heimer... Warum ist... Warum wird Heimer eigentlich nicht gespielt, Tristan? Heimer ist immer noch broken. Vielleicht nicht mehr so... Also, wo Stetix so overpowered war, war Heimer sogar auch nochmal mehr broken. Aber ich glaub, da waren halt alle... Alle Leute, die haben halt Stetix gebaut, ne? Also, fast alles hat Stetix gebaut. Bis auf einen Tank vielleicht, ne? Also, einen Full Tank. Ja, aber Stetix war halt nicht auf Heimer, Bro. Naja, das schon. Aber... Aber selbst da... Ja, obwohl da was... War Heimer vielleicht nicht so gut. Aber Stetix ist nicht mehr so broken. Das heißt, eigentlich müsste er jetzt wieder... Dings... Heimer ist eigentlich wieder gut. Oh, I'm bad. Aber, ey, meine Cannons, die traden das. Oh, Tristan. Nein! Okay, immer... Ey, du hast noch einen geholt. Respect. Respect. Ah, hm... Ah, nee, ich... Ich baue jetzt erst noch Freilights. Und dann gehe ich erst warm, Orks, Tristan, ne? Mein Lieblingsbild, Alter. Die Leute kriegen auch nichts anderes zu sehen. Ja, es gibt nur ein Bild auf Heimer. Like, what do you want me to say? Ich meine, wir wollten ja, dass die Cannons Revenous Hydra proppen. Ja. Oder Zeit-Tanik? Ja, ja, ich wollte... Ich wollte ja mal Hydra bauen auf Heimer, aber... Das Game... Das Game will nicht, dass man mit Heimer zu basst ist, glaube ich. Warte mal. Ja, ist so. Oh, Gott. Okay, Ult is placed. Okay, Ult traded. Tristan, oh nein, Tristan hat die Dings-Ult, die Sinien-Ult. Er ist so drin. Tristan ist so hart reingegangen, als er... Als er gesehen hat, Sinien... Let's go. Let's go. Let's go. Oh, der hat schon... Dieser Ult? Ah, du hast... Du hast einfach... Tristan stirbt einfach nicht wegen Sinien-Ult. Okay, just stay in this prostitution. I have Ult and Q. You, 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 you suck me, by the way. Ey, Alter! I just gotta stay here forever! Okay, just... Ich kann nicht durchlaufen. Ich hätte einfach stehen bleiben müssen. Wie war... Ich bin gestorben, aber hey! Tristan konnte sich nicht bewegen. Der ist schuld, dass wir den Fight verloren haben. You mean we want? Wow, Malfight-Ult. Aber meine... Oh, wait, cause I'm low. But me, low is actually not real. Cause I have an ult, which gives me 550 HP. And I have Guardrinker and I have Q, which is who heal me. Oh, man, ey. Du weißt, ich bin wie denn... Mit Heimer, der Assist-God, oder wie war das? Nee, actually not. Plus 50. Okay, so now you've seen why pro-players keep picking this bullshit champ. Ja, this bullshit champ that actually works maybe, but not for Adam. Adam needs the Gods champions, Tristan. Maybe they need to pick Renekton, but then also have Zillian and Heimer in their team. Yeah, maybe. And yeah! Oh my God. Oh wow. Imagine that combo. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab so ein Mastery 6 gekriegt. Oh, nice. Ja, that's, äh, nice, Tristan. Hey, ich hab, aber actually... Ist das cool, wenn ich das auf Renekton habe? Ich... Aber actually, guck mal unsere Damage-Graphen an. Like, die Damage war halt... Das ist sehr even, ne? Ja. Aber ich hab halt alle Peels gefarmt. Ja, ja, die Damage war aber sehr even gespreadet, find ich. Like, so... Das sind halt 1k, 2k Damages, nix. Okay, die Gegner haben halt nichts gemacht, Kali. Ja, die Akali hat, dachte ich halt auch so, was mach ich hier eigentlich? Sobald ich reingebe, bin ich halt instant gesissit und tot. Einfach tot. Und der Mastery, den kann ich aber nicht hitten. Ja, genau. Ist an Tag, da bin ich gar nicht seins. Und wenn ich ihn hitten kann, hat er der fucking Sillian-Ult auf sich. Ja. Das ist so dumm. So, like, der Malfight. Ja, er hat ganz gute Uls gegen mich gelandet, aber er hat halt... Das Problem ist beim Malfight, er hat AP gebaut, ja? Er hat AP gebaut in einem Full-AP-Match-Up. Ja? Er hätte einfach Tank bauen müssen. Er hätte schon jetzt mehr Value gehabt. Ich glaub, ich hätte eine AD Akali eigentlich cool gefunden. Ja. Wenn sie in AD gegangen wär. Ja. So ein Tanky-Titanic-Hydra-Build, irgendwas in die Richtung. Ja, aber dafür hätte Malfight dann halt auch Tank gehen müssen, ne? Wär ganz nice gewesen, ja. Wär ganz nice gewesen, wenn der Malfight einfach Tank gegangen wär. So, dann wären die zumindest... Klar, er wäre immer noch geburned gewesen von mir und dann Jigert rauf und sowas, aber dann hätte er zumindest nicht... Er wäre nicht gewonshottet gewesen. Naja, gut, wir haben letztes Game verloren und dieses Game gewonnen. Hey. Läuft. 1-1 ist immer auf dem Spiel. Nice and nice and nice. Gut, dann würde ich sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.